Also was hast du gemacht heute? Also heute habe ich angefangen mit den Händen hier, dass sie sich daran gewöhnen, die Hände zu benutzen. Weißt du, erst mal das hier für das Haus und dann das Dach gezeichnet, dann sehen sie das und das mit dem Fenster haben sie große Schwierigkeiten. Meistens machen sie so und so. Ja, das habe ich auch gemacht. Das hat super gut gefunden. Tue ist so, wie du den Rahmen der Tür und so weiter, aber alles perfekt. Und dann hast du an, aus? An, aus. Dann kam das kleine Mädchen und drückt dir auf das Licht. Da habe ich gesagt, Licht an, Licht an und jetzt sage ich Handy an, Handy an, Handy an, Handy aus, Licht aus, Schlafen, Licht aus. Das ist aus und es ist an. Das haben sie verstanden. Und dann habe ich gesagt, heute ist heiß. Warten sie jetzt von mir ist heiß. Heute ist heiß, Fenster auf, Fenster zu, heiß. Okay, Fenster auf. Ja. Haben sie alles so intuitiv verstanden, weißt du? Ja. Und dann klein, groß. Klein. Das Klein, Klein haben sie geübt und das groß und dünn und dick und da. Das hatten sie von gestern und jetzt heute habe ich angefangen und ist klein, klein, sehr klein und so klein und schwer, sehr schwer, zu schwer. Okay, und dann immer Beispiele gemacht. Okay, das ist schwer. Komm, du hilfst mir. 1, 2, 3. Oh, zu schwer. Okay, lassen wir es ja. So. Und einfach dort mit der ganzen Gäste von schwer, sehr schwer, zu schwer. Dün, sehr dün, so dün. Krankenhaus, weißt du? Da, Tüter da. So dün. Ja. So, und Angela Merkel ist auf, Vieh, da bitte nicht auslösen, sagen soll. Auf, Vieh, der, Sehende. Dickin, Dickin. Wir machen das mit den Fingern so, da, 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 da. Und dann bringen wir es hin. Ja. Und Augen, nasse Mund, total schön. Ja. Hals, groß, bauch. Und dann wechsle ich manchmal von vorne, hinten, rechts, links, rechts, links. Ja. Also, ich habe dieses Laufen, schauen, sprechen, hören. Und das fanden sie wirklich super. Haben das manchmal verwechselt. Ja. Kein Problem. Nee, das war kein Problem. Wir haben es dann nochmal gemacht. Und das war ganz cool, weil dann kam jemand Neues rein. Ja. Und der war so, was ist da los? Und der hat so geguckt oder halt gelacht. Und die haben so, ja, 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 guck mal. Aber du musst das nicht erklären. Nee, nee. Und dann wollten die ihm das zeigen und haben das falsch ausgesprochen. Aber dann haben sie nochmal gehört, wie ich das sage. So Haus, das Haus, Fenster, das Fenster. Weißt du, was? Deut für die Aussprache jetzt? Ganz leise. Schau, wein. Alle ganz leise. Schau, wein. Schau, wein. Schau, wein. Und dann müssen die das halt? Ganz leise. Ganz leise, okay. Ganz, ganz, ganz leise. Und dann richtig laut so. Hals, Brust, Bauch. So richtig mit Hauen, ja. Okay. Hals, Brust, Bauch. Ja. Bei Bauch mache ich so Falafel, Falafel, dick. Dick, sehr dick. So dick. Ja. Okay. Dann mache ich so ein bisschen die Schau. So dick, keine Liebe mehr. So dick. Okay. Dick, sehr dick. Gut. So dick, hm, nicht gut. Okay. Aber das verstehe ich nicht. Weißt du? Okay. Sehr dick gut, aber so dick, nicht gut. So dick, ah, nicht gut. Oder dünn, hm, dünn. Okay, okay, dünn. Sehr dünn. Ah, okay, okay, okay. So dünn. Ah, nein, 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 nein. Also so dünn, nicht gut. Okay. Ramadan, gut. Ramadan, dünn, dünn. Falafel, hm, Falafel, Falafel, dick. Falafel, Falafel, Gebühr, Falafel, Gebühr. Sehr dick, nicht gut. Zu dick. Okay. Aber sehr und so, haben sie verstanden. Suchen, suchen finden. Und vor allem, wenn du dir so ein bisschen koppelst, zwei Dinge, die zusammengehören, weißt du? Aber machen die nicht ein Problem, haben sie nicht Probleme so zwischen so und zu? Nee. Nee, okay, es geht. Also so hatte ich noch nicht, aber ich hatte sehr und zu. Sehr dick und zu dick, ja. Und Dinge, die zusammengehören, wie zum Beispiel dieses Ding aus schlafen, denken, nicht denken, wenn du schläfst, nicht schlafen, wenn du denkst, aber träumen. 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 Das mögen die. Und suchen, finden. Suchen, finden. Ja, das habe ich auch gemacht. Das fanden die sogar. Dann haben sie gefragt, Schlüssel, Schlüssel. Und dann hole ich meine Schlüssel und dann suche ich überall und sage, suchen, suchen und dann finden, finden. Und dann haben sie es so gegenseitig so ein bisschen übersetzt und so. Weißt du was? Und das war geil, weil die ganze Gruppe, die waren alles, die konnten alle französisch. Die wussten, dass ich französisch konnte. Ja. Aber die haben, wir haben kaum französisch gesprochen. Super. Die ganze Zeit. Also die haben nicht mal nachgefragt, weil das war alles so intuitiv. Wo kommen die her, denn Afrika? Die eine kam aus Burkina Faso, die eine, glaube ich, aus Ghana. Und dann weiß ich nicht mehr. Na ja. Bei mir, ich habe aus Bosnien, aus Kurden, Afghanen, Nigeria. Also total gemischt. Und das ist alles, das ist Aufnahme. Weißt du, die bleiben ja nicht lange. Ja. Deswegen möchte ich, dass sie schnell, fast schnell Erfolge erzeugen. Ja. Weißt du, was richtig gut ist? Weil suchen, finden. Wenn du so ein kleines Mädchen direkt vor der Nase hast. Ja. Die heißt, ich suche jemanden. Wo ist jemand? Iman, 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 wo ist jemand? Oh, ich finde. Oh. Und dann macht sie so. Die freut sich, dass man sie gefunden hat. Weißt du? Ach so. Ja. Suchen, finden. Ja. Okay. Das war's heute. Und eine Bitte. Wenn es gefallen hat, einfach liken. Oder noch besser, weiter liken.